Palästina um die Jahrhundertwende. Eine Wüste mit ein paar hundert Oasen, die über das Jahr meist vertrocknet sind. Die biblische Landschaft, so wie die Christenheit in Europa und Amerika sie sich vorstellt. Bewohnt von etwa 600.000 arabischen Verlachen und Nomaden, deren Zahl niemand genau kennt. Für die alte und die neue Welt ist es nur das Land der Bibel, das heilige Land, in das man sich als Pilger oder Bildungsreisender begibt, um am Jordan den Spuren der Religionsgeschichte zu folgen und aus den Quellen des Alten und Neuen Testaments zu schöpfen. Jerusalem, die heilige Stadt der drei Religionen. Von der türkischen Verwaltung vernachlässigt, den Andersgläubigen überlassen, die hier ihren vom Islam geduldeten Kulten und Riten nachgehen. Die Passionszüge der Christen auf der Via Dolorosa zur Grabeskirche, die christlichen Kongregationen mit ihren Kirchen und Klöstern stehen unter dem Schutz der europäischen Mächte, die miteinander um Einfluss rivalisieren und auf das Ende des ottomanischen Reiches warten. Die Muselmanen, Araber und Türken sind nicht mehr die Mehrheit in Jerusalem. Doch sie bilden als Untertanen des Sultans sozusagen das Staatsvolk des islamischen Gottesstaates. Die Felsendommoschee ist das dritte Heiligtum des Islam. Von dieser Stelle soll der Prophet Mohammed in den Himmel geritten sein. Der Abdruck der Hinterhufe seines Pferdes ist für das Auge der Gläubigen noch zu sehen. Die andere Seite des Felsens. Im Rücken der beiden Moscheen ist die Klagemauer der Juden, Teil des Fundaments, auf dem der historische David-Tempel stand. Sinnbild des zerstörten Zion und der Hoffnung auf seine Wiederbegründung, auf die Heimkehr des zerstreuten Volkes Israel. In den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg leben etwa 85.000 Juden in Palästina, die Hälfte davon in Jerusalem. Russland um die Jahrhundertwende. Jüdische Auswanderer warten auf einen Zug, der sie über die Grenze bringt. Ihr Ziel Palästina. Fast 40.000 von ihnen haben sich seit dem großen Pogrom von 1881 im Zarenreich auf den Weg ins gelobte Land gemacht. Sie fliehen die Verfolgung und folgen dem Appell der Liebhaber Zions, die 1882 in Konstantinopel die Parole ausgaben »Haus Jakobs, komm, lass uns ziehen, unser Land ist unsere Hoffnung.« Theodor Herzl, deutscher Jude in Wien, ist der Verfasser der zionistischen Staatsdoktrin. 1896 erscheint sein Buch »Der Judenstaat«. Herzl schreibt »Der Gedanke, den ich in dieser Schrift ausführe, ist ein Uralter. Es ist die Herstellung des Judenstaates.« Auf dem ersten zionistischen Kongress in Basel 1897 findet sein Plan Zustimmung. Er schrieb darüber »In Basel habe ich den Judenstaat gegründet. Wenn ich das heute laut sagte, würde mir ein universelles Gelächter antworten.« Alsbald macht sich der Redakteur der wiener jüdischen Zeitschrift »Die Welt« auf den Weg nach Palästina. Er will Land zum späteren Ankauf für jüdische Siedler und die Zustimmung der türkischen Behörden erwerben. Dafür hat er große Hoffnungen in die Fürsprache des deutschen Kaisers gesetzt. Er ist Wilhelm II. vorausgereist und erwartet ihn vor den Toren von Jerusalem. Der Kaiser sah sich bei seinem Besuch im türkischen Reich zwar als Schirmherr der Glaubensfreiheit, doch er interessierte sich nur für das heilige Land der Christen. So blieb Herzls Appell vergeblich. Wilhelm II. machte sich beim Sultan nicht zum Fürsprecher der Juden. Er suchte am Bosporus einen Alliierten und einen Riegel gegen ein Kriegsbündnis zwischen Russland und den Westmächten. Herzls Judenstaat passte nicht in sein Konzept, obwohl gerade ein solches Einverständnis zwischen der deutschen Reichspolitik und den deutschen Zionisten in London und Paris vermutet wurde. 1914. Der Krieg in Europa schlägt auf die Türkei und den vorderen Osten über. Der heilige Krieg der gläubigen Muselmanen wird gegen die Feinde des Sultans ausgerufen. Doch der Aufruf zündet unter den arabischen Untertanern des Großherrn nicht. Opfer und Tänze, die Fahne des Propheten, vermögen die Loyalität der Araber nicht für die Türken mobil zu machen. Die Syrer und die Araber des Südens sinnen im Gegenteil auf eine Gelegenheit zur Befreiung von der türkischen Fremdherrschaft. Der Krieg soll sie ihnen bringen. Zwar kämpfen in der türkischen Armee auch Araber, doch bald wird sich zeigen, dass die Türken allein stehen. Bei Beginn des Ersten Weltkrieges war das Osmanische Reich in Vorderasien auf die Provinzen Mesopotamien und Syrien mit Damaskus und Beirut zusammengeschrumpft. Palästina war Teil Syriens, außerdem die Landbrücke nach Ägypten und zu dem schmalen Küstenstreifen im Westen der arabischen Halbkugel, den die Türken noch besetzt hielten. Die Sinai-Halbinsel gehörte zu Ägypten, das unter britischer Kontrolle stand. Als im November 1914 England, Frankreich und Russland der Türkei den Krieg erklärten, wurde der Nahe Osten Kriegsschauplatz. Nach der gescheiterten Offensive gegen den Suezkanal wird die türkische Armee schwer von den Briten bedrängt. Deutsche Truppen müssen ganze Frontabschnitte übernehmen, um einen Zusammenbruch zu verhindern. Der türkische Alliierte erweist sich als zu schwach und wird zur Last für die deutsche Kriegführung. Die Briten dringen über den Sinai nach Palästina vor. Die deutschen Truppen an der türkischen Südfront werden auf den Rückzug in die Niederlage der türkischen Armee hineingerissen. Viele deutsche Soldaten geraten in Gefangenschaft. Seit 1915 hatten die deutschen Militärs in der Türkei die Juden Palästinas mehr als einmal vor der Deportation in die Wüste östlich des Jordan bewahrt. Nur dem Einfluss der deutschen Armee hatte auch die zionistische Organisation in Palästina ihren Fortbestand zu verdanken. Die Engländer rekrutieren hilfswillige Araber und reihen sie in ihrer Armee ein. Auf dem Vormarsch sammeln sie die Freiwilligen in den arabischen Dörfern. In dem vom Krieg, von türkischen Verfolgungen und vor der Heuschreckenplage heimgesuchten Südpalästina drängen die Männer unter die britische Fahne zu Brot und Sold. Die britischen Berufssoldaten versuchen, die arabischen Bauern in Schritt und Tritt zu bringen. Die britische Armee überquert 1917 den Jordan und rückt auf Jerusalem vor. Die Front ist nach Norden in Palästina vorgerückt. Mit der britischen Eroberung ist für alle, Araber und Juden, Muselmanen und Christen, nach vielhundertjähriger Türkenherrschaft der historische Augenblick mit der politischen Frage gekommen, wem kommt die neue Freiheit zugute. Die Briten sind in Salomons Land eingezogen. Sie werden bald vor salomonischen Entscheidungen zwischen Juden und Arabern stehen. Zunächst werden sie von allen Seiten als Befreier und künftige Sieger gefeiert. Mit ihrem Einzug endet für die Bevölkerung von Jerusalem die bittere Not, für die 40.000 Juden die Gefahr der Vertreibung. In ganz Palästina finden die Briten noch etwa 55.000 Juden vor, 30.000 weniger als 1914 bei Kriegsausbruch hier lebten. Der britische Oberkommandierende General Alan B. hält im Dezember 1917 Einzug in die Heilige Stadt. Umgeben von den alliierten Offizieren seines Stabes schreitet er als Repräsentant der großen Kriegskoalition gegen die Türken und als Verkörperung des christlichen Abendlands durch das Spalier der Einwohner Jerusalems. Er bringt neue Hoffnung und eine neue Zeit mit der Macht seiner Waffen. Aber er fühlt sich nicht als Protektor des Zionismus, dessen Anspruch auf Palästina seine Regierung soeben anerkannt hat. General Alan B. glaubt nicht an die politische Zukunft der Juden in Palästina. Während er die religiösen Freiheiten und den Schutz aller Einwohner Jerusalems durch seine Armee verkünden lässt, herrschen bei den Huldigungen der Religionsgemeinschaften die christlichen Konfessionen vor. Die große Zahl der christlichen Kirchen erweckt den Eindruck christlicher Präeminenz, obwohl die Juden die Zweidrittelmehrheit in Jerusalem bilden. Die Juden, europäisch herausgeputzt in ihren besten Kleidern und im Gleichschritt für den großen Symbolempfang, demonstrieren ihr Selbstbewusstsein und ihre Hoffnungen auf Anerkennung ihrer Lebensrechte. Nach ihren Leiden unter der türkischen Kriegsverwaltung fühlen sie sich als die legitimen Verbündeten Englands. Ihre politische Führung wird den Briten sogleich nach dem Fest ihre Forderungen auf Selbstverwaltung stellen. Die Befreier Jerusalems wissen in diesem Augenblick, da die Standarten mit dem Davidstern sie grüßen, dass Oberst Lawrence irgendwo in der Wüste mit Prinz Faisal von Hedges über die Grenzen des arabischen Staates verhandelt, den England versprochen hat. Die Araber ziehen an diesem Festtage mit den Fahnen des Propheten zu einer Gegenkundgebung durch die Straßen und auf den Ölberg, um ihre Rechte auf Jerusalem als heilige Stadt des Islam geltend zu machen. Für sie ist Palästina Teil Syriens und arabisches Land, in dem die Juden bestenfalls als Minderheit geduldet werden können. Sie stellen sich von vornherein gegen Zugeständnisse an die Juden und suchen britische Unterstützung. Die stehengebliebenen deutschen Wegweiser geben Allenbees Armee die Richtung an. Die arabische Bevölkerung baut den Briten die Straße nach Damaskus. Die britische Offensive geht gelassen voran. Aber die britische Politik hat nun im vorderen Orient keine Zeit mehr zu verlieren. Und der Weg nach Damaskus ist noch weit. Wenn die Interessen Englands gegenüber den französischen Rivalen gewahrt und das den Arabern gegebene Versprechen gehalten werden soll, müssen die Briten und ihre arabischen Hilfstruppen bald in Syrien einziehen. Die Truppen des Scherifen von Mekka stehen vor der syrischen Hauptstadt. Aber das arabische Bündnisversprechen ist nur zum Teil erfüllt. Der Aufstand in Syrien gegen die Türken blieb aus. Damaskus wird zwar eingenommen, aber die arabischen Lanzen öffneten den Briten nicht den Weg nach Syrien. Prinz Faisal, Sohn des Scherifen Hussein von Mekka, erwartet Lawrence, den britischen Abgesandten, vor dem Einzug in die Stadt. Oberst Lawrence hatte die Beteiligung der Araber am Krieg als Verbündete Englands durchgesetzt und den arabischen Guerillakampf hinter den türkischen Linien geführt. Er steht auch politisch auf der arabischen Seite. Faisal und seine Reiter kommen für die Politik der europäischen Mächte zu spät. Um den arabischen Anspruch durchzusetzen, hätten sie militärisch stärker sein müssen. Jetzt können sie in Damaskus wenig ausrichten. Ein Jahr später, 1919, wird sich aber hier der arabische Widerstand gegen die Politik Englands und Frankreichs formieren. Der allsyrische Nationalkongress wird die Unabhängigkeit Syriens einschließlich Palästinas fordern und die Legitimität der jüdischen Heimstatt energisch bestreiten. Die britisch-indischen Truppen in Damaskus werden weiter nach Norden ziehen. Die arabischen Truppen Faisals bleiben zwar einige Zeit, doch später werden sie von den Franzosen gezwungen, Damaskus zu verlassen. Doch Faisals Weg in das Victoria Hotel ist ein symbolischer Gang. Er wird in Damaskus ein Fremder auf Reisen bleiben. Allenby hat kein Mandat, Faisal Syrien zu überlassen. Das britische Kabinett sucht einen Vorwand, um sich aus dem Kriegsabkommen mit den Arabern zu lösen. So ist der General angewiesen, auf Zeit zu spielen. Die erste veröffentlichte Vorstellung von einem modernen arabischen Staat war 1905 in Paris erschienen. Die Grenzen dieses Wunschreiches waren nicht eindeutig angegeben. Sie sollten entweder vom Tigris oder vom Euphrat bis zur Landenge von Suez, vom Mittelmeer bis zur arabischen See verlaufen. Einige arabische Länder sollten außerhalb dieses Reiches bleiben, darunter auch Ägypten. Reichskern sollte ein großes Syrien sein. Der Libanon wurde als autonomes Gebiet innerhalb dieses Reiches genannt. Von Palästina war nicht die Rede. Es wurde als Teil Syriens angesehen. Die Grenzen Palästinas waren nicht genau bestimmt. Sie verliefen östlich des Jordan in der Wüste, im Norden rechtlich umstritten, irgendwo zwischen Haifa und Akon. Im Süden auf der Sinai-Halbinsel waren sie deutlicher gezogen. Sie schlossen den Gaza-Streifen ein. In einem Brief MacMahans vom 25. Oktober 1915 an den Scherifen von Mekka Hussein erklärt Großbritannien sich zur Anerkennung und Unterstützung eines unabhängigen arabischen Staates in gewissen Grenzen bereit, vorausgesetzt, dass Husseins Truppen Syrien erobern konnten. Aber der Brief macht zwei Einschränkungen. Erstens, dass England nicht über Gebiete verfügen könnte, die in der Interessenssphäre Frankreichs lägen. Zweitens, dass nicht rein arabische Landesteile Syriens eingeschlossen sein sollten, insbesondere westlich der Bezirke von Damaskus, Homs, Hama und Aleppo. Westlich dieser syrischen Städte liegen die heutige syrische Küste und der Libanon mit Tripoli und Beirut, nicht aber Palästina. Der Brief erwähnt Palästina nicht. Seinem Außenminister Edward Gray berichtete MacMahan, es wäre eine schwierige Aufgabe gewesen, einen Brief abzufassen, der einerseits für die Araber akzeptabel war, aber andererseits der Regierung seiner Majestät für die Zukunft so weit wie möglich freie Hand ließe. Später wird England erklären, es hätte auch Palästina aus dem zugesagten arabischen Staat ausgenommen. Inzwischen hatten Geheimverhandlungen zwischen London und Paris über eine Aufteilung der künftigen Kriegsbeute im Nahen Osten stattgefunden. In einem Brief bestätigte am 16. Mai 1916 der britische Außenminister der französischen Regierung die Abmachung. Gray schrieb, dass Großbritannien dem Plan zustimme, obwohl es dafür beträchtliche Interessen aufgeben müsse. Eine geheime Karte mit den Grenzen der Gebietsaufteilung war beigefügt. Vier Mächte erhalten danach auf dem Gebiet des ehemaligen türkischen Reiches Einflusssphären. Frankreich, die gesamte Levante-Küste nördlich von Akon und dazu ein großes Stück Südanatoliens. England, das Kernstück des Zwei-Strom-Landes von Tigris und Euphrat mit Bagdad, dem Hafen Basra und dem Erdölgebiet nordöstlich von Bagdad. Italien, den größten Teil der Südwest-Türkei. Russland, Ost-Anatolien und Konstantinopel mit dem Bosporus. Zwei unabhängige arabische Staaten sollten geschaffen werden. Ein nördlicher A-Staat unter französischem Einfluss, der den größten Teil des heutigen Syrien deckt. Ein südlicher B-Staat unter englischem Einfluss, der den Westteil des heutigen Irak und Jordanien umfasst. Das Kerngebiet Palästinas sollte internationalisiert, die Bucht von Akon mit Haifa als britische Enklave abgeteilt werden. Das Ergebnis der Unterredung hat Faisal seinem Ziel nicht näher gebracht. Zwar hat er einen Gouverneur in der Stadt eingesetzt, aber er kann Syrien nicht in Besitz nehmen. Die Einwohner von Damaskus stehen auch nicht geschlossen auf seiner Seite. Die christlichen Araber vor allem fürchten die islamische Herrschaft des Scherifen von Mekka. Alan B. wendet sich wieder seinen militärischen Aufgaben zu. Er soll den Krieg gegen die Türkei zum Sieg führen. London drängt auf eine Entscheidung auch aus politischen Gründen. Missverständnisse, Unklarheiten, Widersprüche belasten von Anfang an die arabische Unabhängigkeit und die nationale jüdische Heimstatt in Palästina. Beide wurden Opfer der Machtinteressen Englands und Frankreichs im Nahen Osten, aber auch unvereinbarer Zielsetzungen der britischen Politik zwischen Franzosen, Arabern und Juden. Für Großbritannien im Ersten Weltkrieg war das Versprechen eines arabischen Staates wichtiger als das Versprechen einer nationalen jüdischen Heimstätte in einem arabischen Land. Trotzdem gab die britische Regierung den Juden diese Zusicherung ohne Not. Sie folgte damit dem Drängen der englischen Zionisten um Weizmann. Für die britischen Minister und Militärs stellte sich zunächst die Frage, wie sie den mittleren Osten am besten nach den Bedürfnissen des britischen Empire neu ordnen könnten. Eine Möglichkeit bot ein jüdisches Palästina als europäische Bastion, eine andere ein arabisches Palästina als Stützpunkt Großbritanniens im Bündnis mit arabischen Staaten. Nach längeren Diskussionen im Kabinett setzte sich die prozionistische Gruppe durch. In diesem Sinne handelte Außenminister Balfour mit englischen Zionisten den Text eines Briefes aus, den er dann am 2. November 1917 an Lord Rothschild zur Veröffentlichung schrieb. Darin hieß es, Die Regierung seiner Majestät betrachtet die Gründung einer nationalen Heimstatt für das jüdische Volk in Palästina mit Wohlwollen und sie wird nach besten Kräften die Verwirklichung dieses Zieles erleichtern. Balfour macht allerdings zur Bedingung, dass dadurch die zivilen und religiösen Rechte bestehender nicht-jüdischer Gemeinden Palästinas nicht beeinträchtigt werden durften. Von den 700.000 Arabern des Landes war allerdings nicht die Rede. Hinter der Balfour-Erklärung stand auch noch keine durchdachte und eindeutige Nahostpolitik. Ähnlich unklar war die Haltung der arabischen Fürsten, die nun ihrerseits mit den Zionisten verhandelten. Prinz Faisal suchte zunächst zionistische Unterstützung für ein syrisches Königreich. Er hoffte, dass der jüdische Einfluss in Paris und London ihm dabei helfen würde. Zu diesem Zweck schloss er am 3. Januar 1919 in Paris mit Weizmann ein Abkommen, in dem es hieß, Alle notwendigen Maßnahmen sollen getroffen werden, um die Einwanderung von Juden nach Palästina in großem Ausmaß anzuregen und zu ermutigen und um die jüdischen Einwanderer so schnell wie möglich auf dem Lande anzusiedeln. Als sich zeigte, dass nichts und niemand Frankreich von Syrien abbringen konnten und zudem wenig später der syrische Nationalkongress in Damaskus die Abtrennung Palästinas von Syrien und die jüdische Einwanderung entschieden ablehnte, verlor Faisal mit der Aussicht auf ein syrisches Königreich auch sein Interesse an dem Abkommen mit den Zionisten. Damit war das Einverständnis ausgelöscht. Zwischen Arabern und Juden entstand der nationale Konflikt. Ihre Ansprüche auf Palästina standen hinfort gegeneinander. Die Pariser Friedenskonferenz, die zeitweise in Versailles tagt, verteilt auch die Gebiete des früheren Ottomanischen Reiches. Nach dem Ratschluss der Sieger sind Syrien und Palästina noch nicht reif für Selbstverwaltung. Sie werden als Völkerbundsmandate unter Treuhandverwaltung gestellt. Frankreich übt sie über Syrien und den Libanon, Großbritannien über Palästina aus. Das Recht der Juden auf eine nationale Heimstatt in Palästina wird in das Mandat hineingeschrieben. Die britischen und französischen Interessen herrschen vor, obwohl die großen vier, Clemenceau für Frankreich, Wilson für die Vereinigten Staaten, Lloyd George für Großbritannien und Orlando für Italien gemeinsam entscheiden. Die neue jüdische Einwanderung beginnt nur langsam. Diese Einwanderer aus Osteuropa, die hier in Jaffa an Land gehen, sind meist arme Leute, die alle Ersparnisse zusammengelegt und dazu noch Unterstützung bekommen haben, um die Reise zu machen. Polen zum Beispiel belegt die Auswanderer mit einer hohen Kopfsteuer. Es fehlt an Geld, um eine Masseneinwanderung zu finanzieren. Das Siedlungsland muss den Arabern abgekauft werden. Die Verkäufer sind meist Analphabeten und setzen ihren Daumenabdruck statt einer Unterschrift unter den Vertrag. Dieser Landkauf sollte bald böses Blut unter den arabischen Bauern machen, denn die jüdischen Siedler wollten zumeist keine arabischen Landarbeiter. Jüdische Arbeit ist die Parole der jungen, von sozialistischen Idealen beflügelten Einwanderer, vor allem aus Russland, die vom gekauften Boden Besitz nehmen, um mit eigenen Händen das Land zu bebauen. Sie gründen neue, Kibbutzim genannte Agrarkommunen und landwirtschaftliche Genossenschaften. Sie bauen Gewerkschaften auf und wirken nicht nur als Pioniere der Zivilisation in der Wildnis, sondern auch als Revolutionäre in einem arabischen Land privaten Eigentums- und patriarchalisch-feudaler Gesellschaftsordnung. Ihre kollektive Aufbauarbeit an den jüdischen Siedlungen fordert nicht nur die Bewunderung der Araber, sondern mehr und öfter deren Feindschaft heraus, auch ohne dass arabischen Bauern Land fortgenommen wurde. Das weitaus meiste Land, das die jüdischen Siedler von den Arabern erwarben, lag brach oder war sumpfig und hatte bis dahin mangels moderner Wasserregulierung nicht kultiviert werden können. Die moderne Technik und Agrarwirtschaft waren der archaischen Feldbestellung der arabischen Fellachen überlegen. Ihre Erfolge mussten auch Neid und Missgunst erwecken. Die Araber hatten seit Jahrhunderten unter der türkischen Herrschaft abseits von Fortschritt und Erfindungen auf ihrem Land recht und schlecht von den Früchten gelebt, die ihnen zuwuchsen. Sie waren ein beschauliches, arbeitsreiches und eher karges, aber meist passives Leben im ruhigen Gleichmaß einer traditionellen Ordnung gewohnt. Sie waren Fatalisten, keine Aktivisten. Die Künste und Wissenschaften, die Medizin der arabischen Hochkultur waren längst verloren gegangen. Ihnen zu helfen, sie aus ihrem miserablen Leben auf das Niveau einer der Zukunft zugewandten europäischen Kolonisationen zu heben, war von Anfang an die Absicht und das Angebot der Zionisten gewesen. Die Neuanwanderer aus Europa suchten sich bewusst auch den Arabern nützlich zu machen. Jüdische Ärzte, Chemiker, Apotheker, Botaniker und Agrartechniker boten ihre Hilfe auch den arabischen Nachbarn an. Sie wollten Palästina gemeinsam modernisieren, allerdings unter jüdischer Regie mit westlicher Orientierung. Das Land grün zu machen, die legendären Obst- und Weingärten der Antike wieder aus den Sümpfen und Steppen hochzuziehen, aufzuforsten, um die seit Jahrhunderten ungehemmte Verödung aufzuhalten, war das natürliche Ziel dieser späten Kolonisatoren. Sie packten zu, als gelte es, die verlorene Zeit seit der Zerstörung des alten Israel wettzumachen. Sie schlugen ihre Zelte auf wie Militärlager und begannen das Land umzupflügen, umzubauen, umzuordnen, um dem Wunschbild ihrer Träume in den russischen und polnischen Ghettos vom neuen Zion Gestalt zu geben. Anfangs war gute Nachbarschaft zu den Arabern noch die Regel, blutige Feindschaft die Ausnahme gewesen. Die gemeinsamen Feste und gegenseitigen Einladungen konnten jedoch den tiefen Gegensatz, der sich zwischen den nationalen Aspirationen der beiden Völker auftat, nur überdecken. Zudem verhielten sich nicht alle Juden, nicht alle Araber so freundlich zueinander. Vor allem die jungen Zionisten aus Osteuropa suchten weniger die Freundschaft der Araber als eine Position der Stärke, die sie unabhängig vom guten Willen der eingeborenen Nachbarn machen würde. Der Großmufti von Jerusalem, Hadschmuhammad Amin el-Husayni, ist das geistliche Oberhaupt der 12.000 Muselmanern von Jerusalem und der politische Führer der neuen arabischen Nationalbewegung. Der Mufti sucht den Konflikt und provoziert Gewalt gegen die Juden. Schon 1920 hatte er eine Moslemrevolte gegen sie angeführt und war zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Doch ein Jahr später setzten ihn die Briten als Großmufti ein, in der Hoffnung, mit dem Bock als Gärtner Ruhe im Weinberg zu finden. Jetzt, im August 1929, hat Muhammad Amin den Juden das Recht bestritten, an der Klagemauer zu beten, weil sie damit die Grundfesten des islamischen Heiligtums entweiten und den Zorn der Rechtgläubigen herausforderten. Diesen Zorn hat er selbst angefacht und die blutigen Ausschreitungen gewollt, um eine Einwanderungssperre zu erzwingen. Die jüdische Einwanderung ist noch frei, wenngleich die britische Mandatsverwaltung jetzt die Beschränkung empfiehlt. Doch diese Einwanderung geht mangels Geldes nur langsam voran, denn die meisten Juden aus Osteuropa sind mittellos. Von 1920 bis 1929 sind etwa 99.000 gekommen, aber nur 76.000 geblieben. Ein Zehntel der Zahl, mit denen die zionistische Organisation gerechnet hatte. Den Einwanderern muss, wenn sie das Land betreten, sofort geholfen werden. So gibt es Handgeld für die Armen bei der Registrierung. Die Jewish Agency organisiert auch die Ansiedlung in Kollektivgruppen. Die Kolonnen dieses Siedlungsfeldzuges sind bei allem Schwung nicht stark genug, um die jüdische Heimstätte über das Land auszubreiten. Gegen den sich versteifenden arabischen Widerstand müssen die Juden das gekaufte Land militärisch besetzen und ihre Dörfer als Wehrsiedlungen mit Wachtürmen aufbauen. Damit nimmt die jüdische Heimstatt in arabischen Augen immer mehr die Gestalt einer kolonialen Eroberung an. Die Einwanderer selbst fühlen sich als Pioniere an einer Zivilisationsgrenze mit Gewehr und Spaten auf Vorposten. Doch auch diese militärische Organisation kann die fehlende Masse nicht ersetzen. Damit scheitert der Heimstättenbauplan des Zionistenführers Weizmann, binnen zehn Jahren mit 800.000 Zuwanderern die Bevölkerungsmehrheit in ganz Palästina zu gewinnen. Die Kibbutzim entstehen als befestigte Lager eines bewaffneten Arbeitsdienstes. In ihnen prägt sich ein avantgardistisch-revolutionärer Elitegeist sozialistischer Eingebung aus. So war schon in den 30er Jahren als Reaktion auf die arabische Gegenwehr aus der Heimkehr eine moderne Reconquista, eine Rückeroberung geworden. Akte wie die Aufstellung einer jüdischen Hilfspolizei durch die Briten verständigen, vermerkten bei den Arabern den Eindruck, dass die Mandatsmacht Palästina zu einem jüdischen Staat im britischen Empire machen wollte. Die Vertreibung arabischer Bauern von ihrem Pachtland durch den Landverkauf der arabischen Großgrundbesitzer an die Juden war zum sozialen Hauptthema des politischen Konflikts um die jüdische Siedlung geworden. Zwei verschiedene britische Regierungskommissionen stellten 1930 fest, dass die jüdische Landnahme durch den Ankauf großer Flächen zur Hauptursache für die Furcht der Araber geworden sei, ihr Land und ihre wirtschaftliche Existenzgrundlage zu verlieren. Sie empfahlen, die jüdische Einwanderung und den Landkauf zu beschränken. Das britische Weißbuch von 1930 nahm diese Empfehlung in verschleierter Form auf. Tatsächlich vergrößerten die von den Juden gebauten Bewässerungsanlagen die bebaubare Landfläche nicht nur in jüdischen Siedlungsgebieten, sondern auch in anderen, noch arabischen Landesteilen westlich des Jordan. Auch war die Bodenreserve bei intensiver Landwirtschaft und regelmäßiger Bewässerung sehr viel größer, als die britischen Experten angenommen hatten. Die Araber fanden auf dem Bau in den Siedlungen und Städten auch neue Arbeit und der Zug in die Stadt war damals in den arabischen Ländern schon deutlich zu sehen. Nicht nur Zwang und Not gaben den Anstoß, sondern auch die Aussicht auf ein besseres Leben. Der jüdische Aufbau in Westpalästina kam allerdings nur langsam in Gang. Zwar wurde der Schwerpunkt nun aus wirtschaftlichen und politischen Gründen auf den Ausbau der Städte wie Tel Aviv und Haifa verlegt, doch die Weltwirtschaftskrise, der Geldmangel und die Verschuldung der Jewish Agency setzten der Industrialisierung enge Grenzen. Die Einwohnerzahl fiel zeitweilig unter die der Auswanderer ab. Das Baugewerbe blieb lange die erste Industrie des Landes. Großbauten wie die Universitäten waren die Hauptvorhaben. Sie dienten auch als Symbole der neuen nationalen Kultur westlicher Tradition, die hier geschaffen wurde. Die Gründungsfeier der Universität Tel Aviv ist eine solche symbolische Veranstaltung. Immer neue Streiks der Araber, wie der große Hafenstreik von Jaffa bei Tel Aviv, suchten die jüdische Aktivität zu lähmen und Druck auf die Briten aufzustauen. Die Selbsthilfe der wohlorganisierten Juden überwand die Hindernisse. Die Fröhlichkeit mochte oft gespielt sein, aber verbissen arbeiteten sie für den jüdischen Aufbau. So entsteht der Hafen von Tel Aviv aus einer Improvisation, deren Ziel es ist, Schiffe zu entladen. Später wird der Großhafen Tel Aviv-Jaffa entstehen, nachdem die Mehrheit der Araber im Krieg geflohen ist oder vertrieben wurde. Jede dieser Notaktionen mit Aushilfen wird als ein nationaler Erfolg gefeiert. Die Symbolik soll Begeisterung schaffen und moralische Kräfte mobil machen. Den Arabern und den Briten soll demonstriert werden, dass die jüdischen Energien an Widerständen wachsen. Inzwischen ist in Europa seit 1933 eine neue Notlage für die Juden entstanden. Die Einwanderung schwillt wieder zu einer Welle an. Die Einwanderer kommen noch immer aus Litauen, Rumänien, Polen, wo die Existenz der jüdischen Bevölkerung unverändert prekär und gefährdet ist. Doch nun wandern auch deutsche Juden in größerer Zahl aus. Noch ist es ihnen möglich, wenn sie ihre Habe billig verkaufen, eine Reichsfluchtsteuer bezahlen und es ihnen gelingt, rechtzeitig Pässe- und Ausreisevisa zu bekommen. Doch die Katastrophe für die Juden, wie für Deutschland und Europa, ist auf dem Wege. Einmal wird unsere Geduld zu Ende sein und dann wird den Juden das breche Lügenmaul gestoppt werden. Diese jüdische Brechheit hat länger gelebt, als sie in Zukunft noch leben wird. In Palästina bricht 1936 der offene Aufruhr gegen die verstärkte jüdische Einwanderung und die britische Mandatspolitik los. Jerusalem brennt. Der große Araberaufstand ist die Antwort auf die britische Weigerung, allgemeine Wahlen für ein Parlament zuzulassen. Die arabischen Nationalisten hatten sich davon die politische Selbstbestimmung der arabischen Bevölkerungsmehrheit versprochen. Die Wut gegen die Juden war umso wilder, als die Zionisten jede Wahl verweigerten, solange die Araber eine Mehrheit waren. Dabei schwoll 1935 die jüdische Einwanderung auf über 60.000 an. Die Araber sahen ihr einziges Mittel der Gegenwehr in Aufstand und Angriffen gegen die Juden. Die Mandatsmacht greift hart durch, evakuiert, sperrt ab, durchsucht Häuser und setzt schließlich ihre schweren Waffen gegen hartnäckigen Widerstand ein. Doch in London beginnt nun die gedankliche Revision der Palästina-Politik. Die Förderung der jüdischen Einwanderung erscheint den britischen Kolonialbeamten und Militärs schon seit langem als fragwürdig angesichts des arabischen Widerstands. Wieder kosteten die Ausschreitungen Hunderten das Leben. In allen Städten wurden Juden Opfer der Gewalt. Die jüdische Hilfspolizei wird aufgewertet und vergrößert, militärisch bewaffnet und ausgebildet. Aber die Grenzen zwischen der legalen Hilfspolizei und der illegalen jüdischen Sicherheitsorganisation Haganah verwischen sich. Die Polizeikader bilden heimlich auch Haganah-Kampfgruppen aus, um den jüdischen Siedlungen einen wirksamen Selbstschutz zu geben. London entsamte im November 1936 eine neue Untersuchungskommission nach Palästina, nach ihrem Vorsitzenden Peel Commission genannt. Sie hörte beide Seiten an. Für die Juden versicherten Weizmann und Ben-Gurion, dass sie keinen jüdischen Staat in Palästina, sondern nur Gleichberechtigung mit den Arabern wollten. Der Kommissionsbericht, im Juli 1937 veröffentlicht, warnte aber vor der Nichtachtung des Selbstbestimmungsrechts der Araber. Es bleibe nur die Teilung des Landes in zwei Staaten. 75% für die Araber, 25% für die Juden. Die jüdischen Organisationen in Palästina demonstrierten für ihre politischen Ziele. Großkundgebungen mit Spruchbändern, auf denen die Forderung, nach einer eigenen Heimat zu lesen stand, vereinigte ehemalige Weltkriegsteilnehmer aus allen Nationen, die ihre Kriegsauszeichnungen angelegt hatten, um die Weltöffentlichkeit zu beeindrucken. Im August 1937 tritt in Zürich der 20. Zionistenkongress zusammen. Weizmann und Ben-Gurion treten als Anwälte der Teilung auf. Sie wäre das kleinere Übel. Ben-Gurion warnt, dass die Zeit gegen die Juden Europas arbeitet. Zwei Millionen könnten in dem Teilstaat untergebracht werden. Eine knappe Mehrheit stimmt für die Teilung. Der arabische Aufstand breitet sich mit erneuter Kraft über das ganze Land aus, obwohl die britische Regierung den Teilungsplan verworfen hat. Die arabischen Nationalisten lehnen die Teilung ihres Landes leidenschaftlich ab. Sie bringen die Demonstranten und Terroristen wieder auf die Straße. Die meisten ihrer politischen Anführer sind in den Untergrund oder über die Grenzen nach Syrien gegangen. Die anderen werden festgenommen. Die Briten setzen Flugzeuge und Panzer in den Straßenschlachten ein, die sie gegen die arabischen Aufständischen schlagen müssen. Die britische Militärpolizei sucht nach den versteckten Waffen und Anführern. Große Razzien führen zu Verhaftungen. Den festgenommenen Arabern droht die Härte der britischen Militärgerichte, die kurzen Prozess machen. Auf Mord und blutigen Aufruhr steht die Todesstrafe, die auch in einigen Fällen vollstreckt wird, um vor weiteren Überfällen abzuschrecken. Seit 1936 haben arabische Terroristen mehr als 500 Juden getötet. Im Februar 1939 scheitert in London der letzte Kompromissversuch. Die Araber weigern sich, mit den Zionisten in einem Raum zu tagen. So findet die Konferenz in zwei Sälen statt, zwischen denen die Engländer hin und her eilen, um zu vermitteln. Die jüdische Seite wird von Professor Chaim Weizmann vertreten, die arabische von Prinz Faisal von Saudi-Arabien und mehreren Notabeln. Die illegale Einwanderung nach Palästina ist die verzweifelte Antwort der europäischen Juden auf das britische Weißbuch vom Mai 1939, das die legale Einwanderung auf eine einzige Rate von 75.000 Sälen in den nächsten vier Jahren beschränkt. Vom 1. März 1944 an soll sie von arabischer Zustimmung abhängig sein. Die Royal Air Force wacht über dem Mittelmeer, um die illegalen Einwandererschiffe der Royal Navy rechtzeitig zu melden. Die Kreuzer und Zerstörer werden sie dann abfangen. Nur wenigen Frachtern gelingt es, mit ihrer Last menschlichen Elends die größte Küstenblockade zu durchbrechen, die Großbritannien je im Frieden errichtet hat. Der Kreis schließt sich. Nachdem es den Juden 30 Jahre früher zu ihrer Heimstatt verholfen hat, sperrt England jetzt den Bedrängten in Not den Hafen der Zuflucht. Der Zwang dazu geht von den Rechten eines anderen Volkes aus, das bei der Heimstattgründung nicht ernst genommen worden war. So stark erscheint den Briten dieser Zwang, dass sie keine Ausnahme machen wollen. Selbst Schiffe, die Juden aus Hitlers Deutschland nach Palästina bringen, müssen wieder abdrehen, während in Europa die Kanonen des September dröhnen. Wieder wird der Krieg für Palästina alles verändern.